Wie geht's? Ah, es ist gut, danke für uns zu haben. Ja? Gibt es dich über heute? Ja. Ja, du? Was für dich? Ich versuche, ein Professionals. Okay, cool, cool. Wir sind alle Professionals hier. Ja, ich bin stolz, man. Es ist gut, dass wir hier wieder in Rock'n'Ring sind. Wir haben hier viele gute Erfahrungen gehabt. Und wenn wir das auf dem Schädel sehen, dann bin ich immer stolz. Es ist immer ein breites Platz in dem Schädel. Die deutschen Fans sind fantastisch. Die Verbindung, die wir haben. Und, you know, all diese Jahre, dieses Festival zu machen, es ist gut, dass wir wieder zurückkommen. Warum sind die deutschen Fans so großartig für dich? Du sagst uns. Ich weiß nicht. Ich meine, man. Wir sind die Deutschen. Wir sind komisch. Und ich weiß nicht. Nein, nein, nicht live. Nein, nein. Ja, ihr seid total großartig, man. Ich liebe euch Leute, man. Ihr seid total großartig. Seit dem ersten Mal, wir kamen hier und wir in Deutschland performen, haben wir die Reaktion wie Feuer. Und die Rock-Audienz, die Energie, ist einfach großartig. Leute fragen uns, wo ist dein Lieblingsplatz, wo ist dein Lieblingsplatz zu spielen? Es ist immer, Deutschland, UK, Mexico. das ist der erste Mal. Oh ja. Das ist, wo wir die meisten Liebe haben. Wir sind Nummer 1. Oh ja. Und wir schauen unsere Spins. Wenn du denkst, in den USA, wir haben viel mehr Leute, die dort leben, so wir haben mehr Spins auf unsere Musik. Aber unsere deutschen Fans, wenn es zu unseren Spotify-Listenern, ist es f***ing popping. Und so, wir sehen es, man. Wir sehen es live, so. So, speaking for all the Germans, wir lieben Sie. Wir lieben Sie, wir lieben Ihre Musik. Wir fühlen Sie. Wir lieben Sie. So, es ist nicht dein erstes Mal hier bei Rock'em Ring. So, du hast es mehrere Mal gespielt. So, ist es ein Moment, du wirst nie vergessen. Die letzte Mal, das war mit dem Prodigy. Oh, Prodigy. Und wir waren es auf der Seite, und es war bombastisch. Es war so, so eine Vibe. Es ist lustig, dass du das bringst. Ich war über den exacten Moment. Oh ja. Ich hatte mein Son, Mikael, auf Tour mit mir. Er war wahrscheinlich 13 Jahre alt. Und, Prodigy war es über zu gehen, und wir waren von der Terrace, und ich erinnere mich auf meinen Sonn, und er war so, was ist das? Er war so, es war so cool. Es war so ein Moment, mit meinem Mann und meinem Mann. Was ein großartiges Grupp, und eine gute Performance. Wir hatten gute Shows, aber es ist, zu sein, und zu sein, zu fühlen, was eine gute Nacht. Speaking of Prodigy, ich vermisse diese Leute. Ja. Ja. Sehr, sehr viel. Gibt es irgendwelche Bands oder Artists, die du dieses Weekend möchtest? Ja. Ich meine, nicht sogar auf unseren Tag. Ich würde gerne die Foo Fighters wiedersehen. Ja. Du hast sie gestern, ja. Ja, ich weiß. Und dann, oh Mann, wer noch? Wie waren die Foo Fighters gestern? Sehr fantastisch. Ja. Eine große Energie. Die ganze Gruppe ging verrückt. Es war Spaß. Und es war mind-blowing. Ja. Ja. Das ist großartig. Ich würde gerne sehen, ich sah die Chats gestern. Ja. Ich dachte, sie waren super. Just straight ahead, Australien Punk Rock. Wir sahen, right bevor wir auf die Arena in Rock'n Park und sahen die Nova Twins. Ja. Okay. Und es war einfach, ich dachte, sie waren super. Ja. Ich hatte eine gute Zeit, und dann mussten wir spielen. Ja. 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 Ich mag die Energie. Okay. Performing shirtless. Ja. Ja. Ich hab ein Dad-Bond, ich versuche, wie ein Dad-Bond. Nein. Nein, ich glaube nicht. Wir sind Dads. Ja. Wir sind Dads. Okay. Singen, während wir einen Atmen nehmen. Natürlich. Ja. Ja. Okay, welche Songs sind du unter der Schuhe? Lately ist es DCC von Nothing but Thieves. Okay. Die Songs sind einfach Dead Club City. Es ist ein Genre. Was für dich? Nein? Ich sage, aber ich singe nicht so viel. Aber ich sage, Ja. Okay, du sagst Ja. Mosh Pit. Ja oder nein? Für uns zu sein? Ja. 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 Ich meine, Nein. Nein, jetzt. Back in the day. Ja. Ich bin älter. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. 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 Krampin wird gegen dich. Ja. Ja. � Manchmal ist es großartig, denn niemand ist wunderschön und man hat einen Moment, aber ich bin ein Sleeper. Ich bin ein Nighttime-Guy. Nighttime ist die richtige Zeit. Ja, das stimmt. Both Nay. Ja, ich kann das fühlen. Ich habe ein kleines Spiel für dich, um das zu Ende zu machen. Ich gebe dir einige Worte. Und du musst mir erzählen, welche Song kommt in deinem Kopf, wenn du diese Worte hörst. Okay, okay. You can sing if you want. The first one is Love. Oh, love me do. Oh, wow. You know I love you. Was that Beatles or something? Yeah, that's weird. I was thinking Beatles as soon as you said love. Love me do. But I can't think of the song. Oh, love me do. I'm thinking of their Vegas thing they put out. It's called Love. So it's a whole show. Okay, but you are thinking of the Beatles. Yeah, that's weird that you went into that. It's a good pick. Yeah, yeah, yeah. Sweet. Sweet? Sweet. Sweet home Alabama. Sweet Caroline. Yes, dude. Perfect. Dance. Just dance, 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 dance. Isn't that a song? Or is it? It could be a song. I don't know. We can record it right now here. We can. It is, right? What is it? That was the first ever song. Oh, shit. Yeah, okay. Yeah, I remember that one. Dance, what was I thinking of? I was thinking of, uh, oh, Beat It. Oh, yeah. Michael Jackson? Yeah. Night. Night. Give me the night. Silent night, holy night. The Christmas special, right here. Hot. 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 I can't think of any hot songs. Tony, help me out. Yeah, I'm trying to help myself out, too. Hot, dude. We saw it being hot. I'm kind of hot, right? Yeah, it's hot. I don't have a song. I would like, what about Hot In Here, Nelly? Oh, damn, come on. It's getting hot in here. Yeah, I remember that one. Her. Her. Yeah, it's hot and hurt. Okay, the last word is shake. 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 Shake, no, no. Shake, 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 Senora. Shake your body line. Work, 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 Senora. You know, work it all the time. I have to give you one more word. It's too amazing with you guys. Dirty. Dirty Deeds. Oh. Dunt the cheap. Oh. Yeah, that's a good one. MC, DC. Perfect. Yep. Daka, daka, daka. Thanks for your time, guys. Thank you. Thanks for stepping by. I had a great time with you.